Musik Kommen Sie Strauss, ich will Ihnen doch nur helfen Ist hier doch irgendwas Es war schwarz Tiefschwarz und glühendrot mit Symbolen Die mir etwas zuflüsterten Und was haben die Symbole Ihnen zuflüstert? Muss ich wohl hier durch Kommen Sie Strauss Die Atmosphäre ist einfach nicht mehr zu übertreffen Es ist einfach nur Ohne Worte Boah, du unlustiger Spastik Kommen Sie mal, es werden viel Ich erinnere mich an Sie Ja, ganz dicht ist der nicht Keiner mehr oder weniger Hören Sie mir zu Mann Na und? Hören Sie mir zu! Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus Niemand wird hier lebend rauskommen Niemand Tun Sie es nicht Es gibt keine Flucht vor dem was ich getan habe Beruhigen Sie sich Mann Beruhigen Sie sich Ich Ihre Rick ist rot Wer? Sie ist rot In dem Wandspinsel dein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe Holen Sie die In dem Wagen bekomme ich mal eine Waffe Ich will endlich mich wehren können Los Ich will endlich mich wehren Ich will mich endlich wehren können So Ich werde sie nicht mehr brauchen Isaac Wir werden alle brennen für das was wir Ihnen angetan haben Okay, ich werde nicht mit der Tasche lang geschlagen Was hat er sich jetzt gerade? Ich glaube USK 18 Hm Ja Ich hätte es glaube ich genauer gemacht Ich mag meine Taschen einfach voll Ich kann nicht mit schlagen Pua Puh Puh Oh Oh Ich Ich fände weg da Okay Mit einer Wohl, nur mal so gesagt Ich habe eine Taschenlampe Ach kommt Scheiße Ich habe eine Taschenlampe Was ist eine Taschenlampe Jungs? Ich glaube ein bisschen was läuft hier falsch Zum R Clark Isaac Clark Sind sie das? Wer sind sie? Mein Name ist Dana Ich werde versuchen sie zu retten Warum? Was ist los? Sie haben sich auf EG7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt Isaac Woher wissen sie das? Woher wissen sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich Aber hier kann ich sie behandeln und sie werden in Sicherheit Warum sollte ich ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bringe, die auf sie schießt Scheiße Folgen sie der Rute durch und schicke Ja Ein bisschen Verstärkung oder so ist nicht drin, ne? Öffnet sich das? Ne Och doch Guck mal eben meiner Steuerung nach Es gab irgend... Ne Taste Stand auch in dem Computerbild Dann konnte man die, ähm, Route sich anzeigen lassen Tödödö Tödödö Pfff Waffe Grundlegende Steuerung Grundlegende Steuerung Tödödö Tödödö so ne der ist nicht das was ich gesucht habe ich komme doch nicht gerade über den Typen hinweg und ich bin aber nicht dafür anpacken das hört sich nicht gut an ich gehe mal lieber hier ein bisschen in die Ecke boah ich hasse ich hasse diese Atmosphäre unten war ja noch unten waffeln heftig aber B nein ich will hier einfach nur raus puh ein blinkt irgendwas ich weiß ich bin ziemlich langsamer war oh Jungs 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 wer seit mir verstrebt mich einer besten immer endlich mal eine abwechslung geht's hier raus tab ne b ok hier lang und ein aluge gestell speicherstation einerseits gut andererseits schlecht denn was jetzt danach kommt möchte ich gar nicht wissen aber so da bin ich gerade wieder eben meine steam nachrichten lesen ob ich zu all die ja nein 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 vorsichtig irgendwas ist hier der computerbild stand an action nicht mehr zu übertreffen ich halte mich jetzt hier merkt ich halte mich so ein bisschen an die computerbild das orientieren hier steht die wenn es nicht mehr zu übertreffen ich glaube ich bin wieder spiel nicht mehr im dunkeln ich weiß für euch sieht das jetzt nicht so heftig aus weil ihr sitzt da jetzt so schön in eurem warmen youtube auf eurem pc sessel auf dem chef sessel was auch immer hört mir zu aber ich ich rede hier ganz alleine das ist irgendwie muss ich da durch aber womit was labert der ja das soll mal einer verstehen ich funktioniert nicht ich kann mich nicht einfach nicht auf das spiel konzentrieren aha das hatte eben jetzt doch auf einmal nein das beräuschend ist überreicht das muss ich auch noch so cool lang krieg ich muss natürlich noch die atmosphäre noch was das spiel natürlich noch ein bisschen besser macht ich hab ihn gesehen ich hab ihn gesehen ich hab ihn gesehen und halten wenn sie findet wenn noch mehr menschen sterben nicht eingeschlossen nicht wenn sie meiner rute folgen da ist doch was faul aber ich kann ja ich kann was hab ich jetzt ja ich kann Kinesi packen. Okay, cool. Genau, stimmt. Es gab ja diese Kinesi-Funktion. Boah, sterb! Sterb, sterb! Bäh! Okay, das war noch einfach. Das war aber auch der aller... Nein! Nein! Bäh! Füß Gott! Äh, wie kann ich das so? Ah, auf meinem Rücken sehe ich, glaube ich, meine Lebensanzeige. Boah, diese Geräute! Höh! So, bin ich endlich bei ihr. So... Schnell den Aufzug benutzen. Ich hoffe mal, dass ich hier erst mal dran sicher bin. Im Deck gibt es kein Einstiegsflügel. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, hier lang. Einfach ganz schnell. Nein. Dann kommen auch noch zwei. Ja, am Arsch. Ich kipp euch hier gleich. Komm her. Oh, wie viele sollen denn dann noch kommen? Oh, ich mag es nicht. Nein. Das Spiel ist eigentlich eigentlich top. Kriecht der da jetzt noch rum, oder was? Uah. Ich muss wohl über den Außen rum. Schlau gemacht. Da unten war ich ja gerade. Oh, und dieses scheiß Geräusch überall, ne? Das sagt richtig. Das ist, das ist einfach, das Spiel ist einfach. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht.